Auf Mach viel mit dem Kyper, weißt du? Lass mich drun! 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 Jetzt muss ich die Leine mal einsetzen. Und jetzt Fauter, hast du zu? Ja. Jetzt Fauter? Ja. Gut, das wollen wir. Nicht, dass er wieder an der Tasche hängt, sonst hängt er das wieder an und durch ihn halt weg. Ja. Ja.